Der Sommer trifft die Region gerade mit voller Wucht. Wege zum Abkühlen gibt es viele. Viel Wasser trinken, wenig bewegen, schwimmen gehen, wenig Sport und ruhig verhalten und das trotzdem das schöne Wetter genießen. Ich mache mir höchstens Eisklümpchen und das hole ich mir raus aus dem Kühlschrank, gebe das in den Getränk rein und da erfrische ich mich mit guten Dingen. Soweit zu den Klassikern. Manch anderer orientiert sich lieber nach unten. Also wenn es ganz heiß ist, gehe ich unten in die Waschküche, die ist super gefließt. Wenn ich was zu tun habe, mache ich das und wenn nicht, verkriege ich mich mit meinem großen Irish Setter da unten. Terrasse rumliegen, mit Hund spazieren gehen, abspritzen, alles mögliche. Mein Haupternahrungsmittel ist im Moment das Eis, Salate, leichte Kost, nichts was schwer liegt und ich bin ein schöner Sommermensch. Die Rollete den ganzen Tag abdichten, komplett und gegen Abend erst, sagen wir mal, neuneinhalb, zehn alles aufmachen und dann über Nacht durchzogen. Wir haben immer einen sehr kurzen Sommer hier bei uns und einfach nur glücklich sein und sich vielleicht mit Leuten treffen und irgendwie so sitzen, wie es hier ist. Einfach wirklich diese kurze Zeit genießen. Baden, Eis essen oder zum Kühlen in den Keller. Hauptsache entspannt durch den Sommer kommen.